Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier auf Tesla Supply. Heute blicken wir unter anderem auf den Elektroautomarkt in Europa und warum Deutschland einen großen Einfluss darauf hat, dass die Elektroautozahlen nicht sehr stark wachsen. Außerdem blicken wir auf ein Software-Update für das Tesla Model 3 Highland und wir haben noch Neuigkeiten rund um das Thema Tesla Model 3 Highland Verkäufe, denn die steigen weiter an. Und das könnte vielleicht sogar das Comeback endlich einläuten dieses Fahrzeuges, welches ja technisch überhaupt nicht schlecht ist, es aber in den letzten Monaten sehr schwer hatte, wirklich Fuß zu fassen, seitdem es auf den Markt gekommen ist. Starten wir also als allererstes einmal rein und noch zur Erinnerung, ich würde mich sehr darüber freuen, heute die 8000 Abos zu schaffen. Lass also gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast und für Zubehör kannst du über Tesla Supply mit Tesla 2024 10% sparen. Schau also gerne vorbei, wir starten gleich mal rein mit den Zahlen, denn die Zahlen sehen gar nicht so erfreulich aus, wenn man erstmal Deutschland bei den Wachstumszahlen dabei hat. Dann sieht es nämlich so aus bei EU27, wie du hier sehen kannst, dass wir 1% Wachstum haben. Da mag man jetzt im ersten Schluss erstmal ziehen, ja Sekunde mal, der Elektrautomarkt ist in absolutem Stillstand. Wenn wir jetzt aber aus den EU27 Zahlen Deutschland rausnehmen, dann haben wir über alle anderen Länder ein Wachstum von 9%. Das sieht dann schon wieder gar nicht so schlecht aus. Wenn wir uns in der nächsten Statistik das auch nochmal genauer anschauen, dann siehst du sehr gut, dass zum Beispiel Großbritannien am Wachsen ist. Das sind 0,5% mehr Marktanteil zum letzten Jahr in diesem Moment. Wir sprechen immer noch vom ersten Halbjahr. Das kann sich ja noch weiter verbessern. Dann wie gesagt 0,5% mehr Marktanteil, wenn man Deutschland weglässt. Wenn man Deutschland hinzufügt, sind es 0,4% weniger. Spanien und Italien sind übrigens im ersten Halbjahr gleich gewesen. Und dann haben wir Deutschland alleine. Da waren es ja 15,8% im letzten Jahr. Jetzt sind es im ersten Halbjahr 2024 ein Anteil von 12,5%. Wenn man jetzt zum Beispiel noch Frankreich dazu nimmt, also Großbritannien und Frankreich sind ja nun mit Deutschland die größten Märkte in der EU, dann sehen wir, dass in Frankreich 17,3% Marktanteil von Elektroautos da liegt. Und das sind schon mal dann knapp 1,8% Anstieg an Marktanteil. Da ist der größte Sprung. Man muss fairerweise auch sagen, so wie bei Deutschland die Marktanteile zurückgegangen sind, hat das erstmal mit der Förderung zu tun. Anderweitig in Frankreich steigen die Marktanteile. Das hat aber auch unter anderem mit einer Förderung zu tun. So sehen wir, dass es Marktverschiebungen gibt. So hat Deutschland abgenommen, Frankreich zugenommen. Und deswegen kommen wir am Ende nur auf einen ganz, ganz leichten Anstieg von einem Prozent über alle EU-Länder. Ohne Deutschland wäre es dann schon 9%. Und daran sieht man einfach, am Ende ist es ja entscheidend für die Autobauer, für die deutschen Autobauer, wo geht die Reise hin? Sie müssen ja in zehn Jahren noch Geld verdienen. Und selbst wenn wir Deutsche sagen, ja, wir haben keine Lust mehr auf Elektroautos, dann müssen sie ja trotzdem mit den anderen Ländern, und zwar nicht nur Deutschland, auch Geld verdienen. Und wenn da der Marktanteil weiter wächst von den Elektroautos, dann wird das natürlich irgendwann schwierig, wenn man nicht auf die Elektroautos setzt. Hier in dieser nächsten Grafik siehst du auch nochmal ganz gut das Update von Januar bis Juni 2024. Und hier kann man sehr gut sehen, dass Norwegen natürlich mit Grün gekennzeichnet hier jetzt rein elektrisch sprechen wir nicht. Ich nehme nicht die Hybrids jetzt hier in die Diskussion mit rein, sondern rein elektrisch sehen wir hier sehr gut Norwegen, dass da der höchste Anteil ist. Das ist keine Überraschung. Und dann haben wir eben halt einen absteigenden Ast von Marktanteilen. Dänemark, Schweden, Niederlande, Malta, Finnland, Luxemburg, Belgien, Schweiz und Frankreich. Und man sieht, Frankreich und Großbritannien sind beim Marktanteil inzwischen vor Deutschland. Und wir sehen, dass Markt jetzt im ersten Moment zur Wirkensekunde, da ist ja noch so viel mit Hybriden, so viel mit Diesel, auch wenn Diesel immer weniger wird, und auch sehr viel mit Benzinern. Aber entscheidend ist ja der Marktanteil dessen, was elektrisch ist und nicht mehr als Verbrenner verkauft wird. Dieser Markt ist ja weg. Wenn jetzt also ein Unternehmen, nehmen wir jetzt mal Toyota, die ja natürlich in diesem Falle noch nicht ein großes Angebot von Elektroautos haben, denen fehlt jetzt ein potenzieller Kundenmarkt in Europa, und zwar all diejenigen, die jetzt in diesem grünen Bereich sind. Das sind alles Leute, die ein Elektroauto haben, und an die kann Toyota kein Verbrennerfahrzeug mehr verkaufen. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Das heißt, der Markt für Verbrenner wird kleiner, wenn man sich das dann eben halt so grundsätzlich anschaut. Verbrenner haben jetzt ja auch im letzten Jahr und in einigen Monaten auch mal wieder einen Aufwind gehabt, aber grundsätzlich wächst der Automarkt weltweit kaum noch wegen Verbrenner, sondern vorwiegend kommt er wieder zurück, auch durch Elektroautos und Hybride. Ja, dann schauen wir auf ein Software-Update, und zwar für all diejenigen, die ein Tesla Model 3 Highland oder in Amerika einen Sabertruck haben. Amerika und Sabertruck interessiert uns in diesem Fall weniger, aber vor allem das Highland. Da sehen wir jetzt, es gibt mit der Version 20.24.2.6.1 ein Software-Update, und dieses Update sorgt dafür, dass die Lichter rot leuchten, wenn er im Service-Modus ist. Das ist jetzt ja nicht so oft der Fall, aber wichtig ist die Helligkeitskontrolle. Man kann jetzt also die Innenraumbeleuchtung, das kann man jetzt kontrollieren, die Helligkeit. Finde ich eine gute Sache, sollte auf jeden Fall genutzt werden, oder wird sicherlich von denjenigen genutzt, die ein Highland haben. Wenn du einen hast, lass mal gerne Feedback, was du dazu denkst. Vielleicht hast du das Update ja auch schon erhalten. Dann noch die Nur-Nacht-Funktion. In dieser Funktion schaltet die Akzentbeleuchtung automatisch ein, wenn es draußen dunkel wird. Also das ist ein weiteres Update für das Tesla Model 3. Ja, jetzt gehen wir aber mal weiter, denn beim Tesla Model 3 Highland, wie ja auch der Titel des Videos besagt, gibt es erfreuliche Nachrichten. Diese erfreulichen Nachrichten sind nämlich, dass das Tesla Model 3 mit 37% Wachstum zum letzten Jahr richtig gut dasteht. Wir haben hier also ein Wachstum von 37%, im Gegenzug aber ein Minus von 26% fürs Tesla Model Y. Jetzt ist es so, dass wir schon vom Januar bis Juni 2024 sprechen und diese Daten entsprechend mit dem gleichen Zeitraum im letzten Jahr vergleichen. Jetzt muss man fairerweise sagen, im letzten Jahr, sicherlich im ersten Halbjahr, haben auch schon viele sich zurückgehalten, weil sie davon ausgegangen sind, dass ein neues Modell kommt. Trotzdem hat aber Tesla große Schwierigkeiten gehabt, genügend Käufer für das Highland in den ersten Monaten zu finden. Inzwischen scheint sich das aber langsam zu ändern, denn der Abstand, wie man hier sehr gut sehen kann, ist geringer geworden zum Tesla Model Y. Beim Tesla Model Y wiederum sehen wir jetzt den Effekt, dass unter anderem auch hier Leute natürlich auf die neue Version warten oder in Deutschland oder in anderen Ländern vielleicht sagen, das Angebot zur Zeit des Preis-Leistungs-Verhältnisses gefällt mir nicht, kann ja jeder für sich selber entscheiden, was es da für Gründe gibt. Also wir sehen, dass hier das Tesla Model 3 mit einem Plus von 37% auf dem Niveau, wie es ja verkauft wird, den größten Wachstumsschub hat. Der BMW iX1 liegt bei plus 53%, ist aber bei einem viel niedrigeren Kaufvolumen. Das darf man immer nicht vergessen. Der Volkswagen ID.3 minus 17%, der Volkswagen ID.4 minus 30%. Wenn wir also in irgendeiner Form von einer Krise sprechen in der Elektromobilität und sagen, Tesla verdient Marktanteil oder Tesla verkauft nicht mehr, keiner möchte mehr Tesla kaufen, dann muss man auch über den Tellerrand schauen und man sieht sehr gut, dass auch andere Anbieter Probleme haben. Selbst der Skoda Enyaq im ersten Halbjahr minus 2%. Ein Fahrzeug, welches immer beliebter geworden ist. Auch der Volvo iX40 minus 5%. Das bedeutet natürlich nicht, wenn Fehler in einem Unternehmen passieren oder Dinge vielleicht nicht gut funktionieren, dass man mit dem Finger auf andere Unternehmen zeigen sollte. Aber wir sehen im Vergleich zum Tesla Model 3, dass diese Modelle wiederum in diesem Fall einen Rückgang sehen. Der MG4 dagegen, wie lange das dann passieren wird, ist noch mit einem Plus 4% drin. Kommt ja auch ein bisschen jetzt auf die Zollthematik an, wie lange das anhält. Ja, dann schauen wir mal weiter. Dann gab es noch Nachrichten zum Thema XAI. Die Frage, ob Tesla tatsächlich circa 5 Milliarden Dollar investieren sollte in XAI. Und da haben jetzt über eine Million inzwischen fast abgestimmt. 67,9% sind der Meinung ja. Ja, es wird natürlich ja auch geschrieben, natürlich muss das Board, aber auch die Shareholder darüber abstimmen, ob sie das wollen. Also das wird auf jeden Fall noch passieren. Kannst ja auch gerne mal dein Feedback da lassen, ob du das für eine gute Entscheidung findest. Dann, wir kennen das Thema, FSD Supervised, es soll in China kommen und in Europa und das bei Ende des Jahres. In China glaube ich sofort, dass das passiert, da ist man ja schon sehr, sehr weit. In Europa glaube ich es erst, wenn es wirklich passiert. Das wisst ihr auch, da sind so viele Würden. Ich bin mir nicht sicher, ob Europa wirklich schon bereit dafür ist oder die Bürokratie das überhaupt so schnell machbar macht. Dann wollte ich noch ein paar weitere Aspekte mit euch durchgehen. Nämlich erst mal, wir hatten ja schon über GigaMexiko gestern gesprochen. Wichtig ist auch, es wurde erwähnt, dass 66% der Kunden im zweiten Quartal das allererste Mal einen Tesla gekauft haben. Jetzt könnte man sagen, hey, das ist ja richtig gut. Ich finde aber die andere Zahl besser. Es bedeutet nämlich, 44% der Leute, die gekauft haben, haben bereits schon einen Tesla gekauft. Das finde ich richtig gut. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert bei den Verkaufszahlen, die man inzwischen hat, finde ich bei ca. 1,8 Millionen Fahrzeugen. Wenn also in einem Quartal 44% der Leute einen Tesla wieder kaufen, die schon einmal einen Tesla gekauft haben, das ist definitiv ein sehr guter Anteil. Dann schauen wir noch weiter. Es wird Werbung gemacht, das wissen wir ja schon. Und er gibt auch noch mal zu, dass er zu ehrgeizig war bei den Terminen, wie schnell man jetzt Robo-Taxis möglich macht. Er ist jetzt hier vorsichtiger und sagt auch noch mal, dass es entsprechend Ende des nächsten Jahres passieren könnte oder vielleicht sogar dieses Jahr. Aber wir wissen alle, wenn es so weitergeht wie jetzt, wir sehen das erste Mal in den letzten zwölf Monaten wirklich sehr, sehr große Fortschritte in den USA. und jetzt kann man sich das auch schon besser vorstellen, dass es passiert. Immer wichtig, wenn ich sage, dass es passiert, ich spreche nicht davon, dass plötzlich hier von Frankfurt nach München oder Hamburg nach München Autos autonom fahren. Das ist nicht der Fall. Wir sprechen hier erst einmal nur von den USA, denn da sind die meisten Daten vorhanden. Also das bitte immer hier bei dem Urteil, den ich über etwas fälle, wenn es darum geht, ob es möglich wird, das bitte immer im Hinterkopf behalten. Optimus, ja, da soll die erste Version rauskommen, eine Limited Production Anfang 2025. Selbst wenn das Mitte 2025 kommt, wäre das ja schon richtig gut. Und dann sollen eben halt Ende nächsten Jahres sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten schon mit dem Optimus in der Fabrik durchgeführt werden. Also das wird noch richtig spannend, was da in den nächsten Jahren entstehen wird. Ja, es gibt noch weitere spannende Sachen, wie zum Beispiel mit dem Thema kleineres Modell. Da möchte ich erst mal noch das Event abwarten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man wirklich im nächsten Jahr in Austin, Texas schon bereits mit dem neuen Modell auf den Markt kommt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ich habe auch noch Bilder für dich aus Austin, Texas. Hier siehst du noch mal ganz gut, das sind die Crash-Tests. Sicherheit wird geprüft und so sieht das dann entsprechend aus. Also die Modelle werden entsprechend auf das, ja, die extremsten Situationen geprüft und so sieht dann der Friedhof der getesteten Fahrzeuge aus. Außerdem siehst du hier noch von Joe Tickmeyer sind übrigens die Bilder. Wenn dich solch eine Drohnenaufnahme interessiert, der Joe Tickmeyer auf YouTube macht das sehr, sehr gut und das schon seit Beginn des Baus der Fabrik. Hier siehst du zum Beispiel noch auf der linken Seite den Ausbau, der ja jetzt noch hinzugefügt worden ist, entsprechend für Dojo und das ganze Thema Daten. Also da wird richtig, richtig viel jetzt noch aufgebaut. Und auch hier noch mal ein sehr guter Hinweis für diejenigen, die jetzt denken, hey, es wird ja weniger Gewinn gemacht beziehungsweise Tesla ist mit dem Auto-Segment mit geringerer Marge in der Krise. Schaut euch mal an, das ist die Realität. 30 Milliarden Dollar haben sie auf der hohen Kante und wir sind noch weit davon entfernt, dass wir in eine Situation kommen, dass Tesla keinen Profit mehr macht. Solange sie Profite machen und ja weiter investieren und zum Beispiel einen Cybertruck mit Verlust immer noch produzieren, weil sie noch nicht so effizient sind, das sind alles Dinge, die trotzdem, trotz dieser ganzen Sachen und der Investition machen sie weiter Profite. Und 30 Milliarden ist eine Stange Geld. Da kann man richtig viel investieren und das hat sich seit 2019 in diese Richtung entwickelt. Und da muss man sagen, also pleite gehen wird, Tesla nicht und selbst wenn es mal schlechte Zeiten gibt, sie haben jetzt wirklich sehr, sehr viel Puffer. Und auch wenn es um die Marge noch mal geht, wollte ich euch noch mal den Vergleich darstellen. Der Energiesektor 24,6 Prozent. Übrigens all diese Statistiken hier findest du unter dem Kürzel Piloli auf X. Er macht super Arbeit, um diese Daten aufzuarbeiten. 18,5 Prozent ist der Autosektor. Und du siehst, es ist gar nicht so schlecht, wie es eben halt von vielen gesagt wird. Im Gegenteil, es bleibt gleich und das trotz aller Angebote. Also das kann man noch akzeptieren. Ich will es nicht schönreden. 20, 22er Zahlen erreicht übrigens heute kein Autobauer mehr, also vielleicht Ferrari, aber sonst kein anderer Autobauer erreicht das. Und das darf man einfach nicht vergessen. Diese Zeiten sind vorbei. Und das trifft nicht nur Tesla, sondern alle Autobauer. Und von daher eine Stabilisierung bei 18,5 Prozent ist kein Schönreden, sondern das ist die aktuelle Realität. Nicht nur für Tesla, sondern entsprechend auch für andere Autobauer, die auch im Verhältnis zu 2022 ihre Marge reduzieren mussten. Ja, und dann hier auch nochmal der Gross Profit. Und das ist jetzt dann auch der letzte Punkt des Videos. Du siehst sehr deutlich, wir sind jetzt vom Gross Profit höher als im vierten Quartal 2023. Wir sind auch höher als im dritten Quartal 2023. Und wir sind fast auf dem gleichen Niveau wie zweites Quartal 2023. Und der Grund dahinter ist, dass der Energiesektor und der Service-Sektor mehr zum Gross Profit beitragen. Das heißt, das Unternehmen, genauso wie ich gestern gesagt habe, steht gesünder da als noch im letzten Jahr, macht mehr Profit, einen größeren Gross Profit als im letzten Jahr, knapp jetzt schon über dem Niveau. Und es ist eigentlich so, dass es zu dem vierten Quartal 2024 gar nicht so weit weg ist. Und das bei den Schwierigkeiten, die man im Autosektor hat, ist das wirklich eine sehr gute Leistung. Und wenn sich der Autosektor wieder erholt, wäre man sehr, sehr schnell wieder auf dem Niveau, dass man hier fast 6 Milliarden Gross Profit hat. Ja, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich auch auf dein Abo. Wenn du noch nicht abonniert hast, schau gerne auf Tesla Supply vorbei mit Tesla 2024. Du bekommst zu 10% Rabatt. Wir haben sehr, sehr viele gute Produkte für deinen Tesla. Also ich freue mich drauf. Mach's gut. Bis dann und tschüss.